Gut, was will ich euch zeigen heute? Genau, ich habe zu Hause eine kleine Nextcloud. Upsala, so jetzt nicht. Die braucht immer so einen Augenblick, um zu starten. Also es ist sowas, das kennt ihr vielleicht, das ist zum Beispiel der Kalender, wenn es funktioniert. So, da ist also ein private Kalender drin und sowas. Genau, und das läuft bei mir zu Hause sozusagen irgendwo im Regal. Und die Frage ist, und das möchte ich heute ein bisschen genauer mit euch angucken. Was passiert da eigentlich? Und zwar im Sinne von Energieverbrauch, Schräg, Schräg, Nachhaltigkeit. Genau, mit was für einer Hardware mache ich das eigentlich? Das ist so dieses kleine, witzelige Ding hier. Das ist ein Odroid, sowas ähnliches wie ein kleiner Raspberry, so ein Arm ist da drin. Jetzt steht da so ein bisschen drunter, was das ist. Leider wird das Ding nicht mehr so verkauft, weil ich das extrem praktisch fand und finde. Und weil es seit über vier Jahren sozusagen problemlos seinen Dienst versieht. Was hier auch noch zu sehen ist, das ist sozusagen mein konkreter Aufbau. Viele, viele Kabel, noch ein bisschen Spielkram dahinter. Und hier drin ist eben noch eine SSD, die letztendlich einfach die Daten enthält. Genau, aber eigentlich geht es ja nicht um die Technik, sondern es geht darum, dass ich Energie messen möchte. Ich habe das auch ganz einfach gemacht. Ich habe so einen kleinen Stecker mir besorgt, mit dem man auch schalten kann. Aber ich benutze ihn eigentlich hauptsächlich, um damit irgendwie Energie zu messen. Das ist natürlich ziemlich ungenau, weil wie man hier sehen kann, kann das Ding durchaus zweieinhalbtausend Watt irgendwie auch messen. Und das ist natürlich sehr wenig, was ich hier messe. Also ich messe hier drei Watt. Das ist ein reales Bild davon. Genau, hier ein bisschen, ganz bisschen Code. Wie habe ich eigentlich die Daten reingelesen? Also wer Python kennt, kann es schnell überfliegen. Die anderen können das nicht so schnell sehen. Was ich letztendlich gemacht habe, ist, dass ich bei einer bestimmten Adresse bei mir im Netz ein kleines Kommando abgesetzt habe, Daten einlese und das sozusagen für immer tue, bis ich das Programm wieder stoppe. Das wird in eine Textdatei geschrieben, die ich dann anschließend über ein kleines Jupiternotebook ausgelesen habe. Und hier sieht man schon sozusagen das Ergebnis. Über ungefähr zwei Wochen habe ich das einfach laufen lassen, wirklich dieses kleine Programmchen. Und man sieht, meiste Zeit habe ich irgendwie drei Watt verbraucht. Man sieht auch, dass da so was Zyklisches drin ist, so täglich würde ich mal sagen. Und hier so was, was so einmal in der Woche passiert. Da bin ich mir ziemlich sicher, das habe ich nicht überprüft, das ist das Backup, was da automatisch einmal in der Woche läuft. Also einmal in der Woche ist der für eine Stunde vielleicht, das kann man hier nicht sehen, eben mit 10, 12, 13 Watt vielleicht beschäftigt. Ich habe das Ganze mal unten übersetzt in sozusagen ein paar andere Zahlen noch. Also drei Watt hatte ich schon gesagt. Pro Tag sind das ungefähr 74 Wattstunden. Im Jahr werden das 27 Kilowattstunden und ungefähr bei heutigen Kosten 11 Euro. Genau. Das ist aber natürlich nur ein Teil der Geschichte. Eigentlich sozusagen, was kommt denn jetzt? Und das habe ich jetzt mal eben schnell nochmal so ganz schnell geraten. Also wenn man das auf dem Raspberry 4, wollte ich schreiben, nicht Doppelpunkt 4 macht, ich glaube, der liegt so bei 6, 7 Watt. Ich habe mir mal überlegt, so eine VM in so einem Server, 20 Stück, vielleicht bei 150 Watt sind so 7,5 Watt. Also von der Seite ist es mit Sicherheit nicht ganz blöd, das so zu machen. Und es ist durchaus, wie gesagt, stabil. Ich mache ein Backup da drauf. Genau. Und das lohnt sich das noch in anderer Hinsicht ist noch die Frage. Also zum einen habe ich dabei ganz viel gelernt. Das ist auch lohnt sich das. Und tatsächlich, das habe ich mir nicht genauer angeguckt, könnte man natürlich auch nochmal drauf schauen, was ist eigentlich an anderen Ressourcen dabei so draufgegangen. Also die kleine Kiste, die ihr gesehen habt, ist, glaube ich, auch im Verhältnis zu irgendeiner Serverkiste oder im Verhältnis zu einem Raspberry durchaus, glaube ich, eine ganz vernünftige Lösung. Ja, und abgesehen davon, dass das Ding bei mir eben auch zu Hause steht und niemand anders da so ohne weiteres drauf zugreifen kann. Bei Fragen könnt ihr mich gerne noch ansprechen.